Let's play Fallout New Vegas. Tja, da spielt der Neo und guckt so rüber und merkt halt nicht, dass er nicht aufgenommen hat. Bin schon ein bisschen weiter gelaufen und hab mir einen neuen Gefährten geholt, nämlich die Veronika. Der Lenz ist da. Ähm, gehört wohl zur Bruderschaft. Ich dachte, ich nehme die auch mal mit, bevor ich hier zur Bruderschaft selbst gehe. Man kann nicht übersehen, dass die Bruderschaft für die Leute da draußen kaum existiert. Wir sind wie eine Legende, in der Außenwelt kaum vorhanden. Wir passen uns nicht so an, wie wir sollten. Früher mal hat man seinen Willen bekommen, wenn man eine Powerrüstung und ein Lasergewehr hatte. Heute sind die Leute bewaffnet und organisiert. Sie haben keine Angst. Aber wir halten an der alten Vorgehensweise fest, weil wir nur die kennen. Klar, aber nur wenn man genug Leute für die Anzüge hat. Wir nehmen keine neuen auf. Wir sind alle Nachfahren der ursprünglichen Bruderschaft. Es muss sich was ändern. Sonst sind irgendwann nur noch leere Anzüge von uns übrig. Ja, da hat's wohl recht. Wir sehen... Jetzt mal überlegen, ob ich die Mainquest verfolge. Wir haben auch noch so viele Sidequests offen. Und zum Beispiel... Ja, das ist eh... Eine kleine Niete haben wir... Ja, das ist eher uninteressant. Das mit dem Ultralux wäre schon noch interessant. Das mit dem Ultralux wäre schon noch interessant. Müsste ich halt wieder meine Waffen draußen dann ablegen, aber... Das sind DLCs. Ach, und der andere Quest ist ab... Ähm... Ne, die habe ich noch gar nicht angenommen. Weil ich ja das alles so hundertmal gespielt habe. Naja, jetzt schauen wir erst einmal, dass wir mal zur Bruderschaft kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht da... auch noch erst, ähm... Quests machen könnten. Vielleicht kann man ja das mit der Bruderschaft auch irgendwie friedfertig lösen. Das wäre nämlich cool. Dann hätte man nämlich mit so ziemlich den meisten Fraktionen hier im Wasteland Frieden gemacht. Ich glaube, mein Mikrofon an wird kaputt sein. Ja, genau. Dauern. Und mal was Neues besorgen. Da bin ich ja schon gespannt, wie die Bruderschaft hier so drauf ist. Ich bin wirklich nicht sicher, ob wir die schon einmal getroffen haben. Könnte ganz am Anfang irgendwo mal gewesen sein, eine Patrouille oder sowas. Oh, hier wird es radioaktiv. Hier, Black Mountain. Wo ist denn der blöde Radio, 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 Radio? Ah, hör auf zu spielen, Radio. Oh. Hier ist zu des Wahnsinns. Wo ist jetzt mein Gefährte? Ich glaube die ist fast noch stärker, nehmen wir mal die. Verdammt. Was ist denn mit meinen Gefährten los, die verschwinden alle. Können die nicht hier auf die Berge hoch, denn wo ist sie denn? Da unten da rennt sie rum. Ich muss hier gerade noch mal mit dem Vorm rum basteln oder auch nicht. Oh. Ich habe Veronica erschossen. Oh. 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 Munition, nö. Uh, der hat wieder so ne geile Waffe, da musste ich mir die Munition holen. Der Browning. Da bin ich froh, dass ich die Waffen wiederhaube, ey. Der Browning. 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 Super Mutant Radio. Der Browning. Sie haben miy eigenes Radio? towns noch hoch zu denen. Darf ich mal so rum. Mal gucken wo wir hin kommen. Moment, kommt sie denn jetzt noch mit? Ist sie denn noch da? Ich hasse meine Begleiter. Rex ist auch verschwunden. Ich hauche mir auch nicht mal mehr auf, wenn ich irgendwie... So, wenn ich schnell reise. Cass musste ich mit einem Konsolenbefehl wieder zu mir holen. Das ist ein bisschen nervig. Ah, so, wir sind wieder auf dem rüstischen Weg. Es hat mir den Hintergedanken, warum ich auch Veronica geholt habe. Denn, ähm... Ich soll es wohl... ...leichter machen, ähm... ...mit der Bruderschaft in Kontakt zu kommen. Mir fehlen da sowieso noch... ...etliche, ähm... ...Begleiter. Hidden Valley. Huh? Was ist denn hier los? ...ein bisschen staubig. Haben sie aber gut versteckt hier. Ein Bonker. Love, peace, bend the bomb. Give a little more, nein. Moment. Ich mach' das schon. Ich hätte gern einen großen Atomic Shake und einen doppelten Brahmin Burger. Und diesmal bitte mit weniger Agavensauce. Wir haben dir ein Passwort gegeben, Veronica. Es ist zu deiner Sicherheit. Ich weiß, wo du wohnst, Ramos. Mach auf. Um Himmels Willen, ich mach' ja schon auf. Willkommen zurück, Veronica. So, guck' einer an. Ich wusste ja nicht, dass man so leicht wieder reinkommt. Er wusste. Aufgepasst, ich bin hier für die Sicherheit verantwortlich und muss sagen, dass ich nicht sehr glücklich bin, einen Außenseiter herumtanzen zu haben. Aber da Sie mit Veronica gekommen sind, kann ich die Zügel wohl etwas lockern. Benehmen Sie sich und es gibt keine Probleme, ja? Oh, und der Älteste wird mit Ihnen sprechen wollen. Er ist auf der zweiten Ebene. Halten Sie sich dort unten, dann rechts. Mein Büro ist hier, falls Sie etwas benötigen. Fragen Sie einfach nach Ramos. Ja, cool. Im Dunkeln der Geschichte. Deck Numerra. Klingt wichtig. Sie sehen gut aus, Ramos. Selber, hey, Kleine. Oh, hallo. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sind also der Sicherheit, Jeff. Genau. Ihr geht nichts ohne mein Wissen rein oder raus. Wie genau sehen die Regeln bezüglich Betreten und Verlassen aus? Während der Abriegelung darf nur wichtiges Personal kommen oder gehen. Dazu gehören Nachschubbooten und Hochsicherheitspatrouillen. Alle anderen müssen hier drinbleiben und wer zum Zeitpunkt der Abriegelung draußen war, darf nicht mehr zurückkehren. Hier hat eine andere Frage. Du hast mir recht. Seitdem Sie gehen. Sieht voll cool aus, der Bunker. Guck, die Türen. Wie kann ich Ihnen helfen? Gar nicht. Bei der Bruderschaft fühle ich mich heute zu Hause. Ich mag sie irgendwie. Ich habe so eine Hüste. Als Paladin Ramos mir berichtete, dass sich Veronica mit einem Außenseiter im Schlepptau nähert, wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Aber nachdem ich es überdacht habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ein Außenseiter mir momentan nützlich sein könnte. Doch ich werde Sie nicht zwingen, uns zu helfen. Wenn Sie ablehnen, dürfen Sie gehen. Aber Veronica ist weiter für Sie verantwortlich. Was sagen Sie dazu, Außenseiter? Sind Sie bereit, uns zu helfen? Ich werde Ihnen helfen. Dann lassen Sie mich die Lage erklären. Dieser Bunker ist derzeit abgeriegelt und niemand darf hinein oder heraus. Sie sind eine der seltenen Ausnahmen. In seltenen Fällen werden Teams entsandt, um Orte zu untersuchen oder Materialien zu bergen, die zu wichtig sind, als dass man sie ignorieren könnte. Drei solcher Teams sind unlängst verschwunden und ihr Verschwinden wurde verschwiegen behandelt, um keine unangemessene Sorge zu verbreiten. Um den Frieden zu wahren und den Vorgaben der Abriegelung zu entsprechen, muss ich jemand anderen schicken, um herauszufinden, was passiert ist. Ich werde sofort mit der Suche beginnen. Ich bin froh, dass wir auf Sie zählen können. Noch etwas. Es gibt Holobänder mit den Einsatzbeschreibungen der Patrouillen. So können Sie sie finden. Die Abschirmung des Bunkers verhindert, dass wir sie aktiv verfolgen können. Aber Ihre Positionen sollten an der Oberfläche auf Ihrer Karte erscheinen. Bei wem? Ach, diese Karten wieder. Die haben sie jedes Mal. Und bei wem? Darf ich das jetzt kaufen? Mal gucken, was sie so haben. Das sind bestimmt tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Sie sind also der Außenseiter, der sich hier frei bewegen darf. In der Notfrist der Teufel fliegen, nehme ich an. Mein Name ist Harden. Ich bin der oberste Paladin dieses Verbandes und ich denke, wir können einander helfen. Ich weiß nicht, worüber Sie mit dem Ältesten gesprochen haben. Aber glauben Sie mir, der Verband hat Probleme und er ist das Zentrum dieser Probleme. Würden Sie sich anhören, was ich zu sagen habe? Ich schlisch. Wie Sie vielleicht bereits gehört haben, gilt für die gesamte Basis eine Abriegelung. Niemand verlässt sie, mit Ausnahme kleiner Patrouillen, nachts. Der Großteil des Verbandes ist seit Jahren hier drin und die wenigen, die zu Beginn der Abriegelung draußen waren, durften nicht zurückkehren. Die Moral ist mit der Zeit stark gesunken und viele unserer derzeitigen Paladine kennen keine Gefechte außerhalb von Simulatoren. Und all das, weil der Älteste ausdrücklich befohlen hat, dass niemand hinein oder hinaus darf. Das wird sich nur durch einen neuen Ältesten ändern. Haben Sie mal versucht, das mit dem Ältesten selbst zu besprechen? Natürlich, sogar schon oft. Der Älteste ist jederzeit für ein Gespräch bereit und hört sich Vorschläge zu allen Themen an. Außer zu diesem. Er sieht nicht ein, dass unsere Isolation uns nur schwächt. Unsere Missionen draußen sind nicht nur unsere Pflicht. Durch sie bleiben wir auch stark. Und weil er das nicht einseht, brauchen wir einen neuen Ältesten. Nee, damit will ich nichts zu tun haben. Ich hatte fast damit gerechnet, dass Sie das sagen. In diesem Fall verfolge ich die Sache alleine weiter. Sollten Sie weiter Geschäfte mit dem Ältesten machen und langsam meinen Standpunkt verstehen, Wissen Sie ja, wo Sie mich finden? Hm. Pardon? Veronica. Morgen. Ja? Wozu all die Computer? Das ist unsere Virtual Reality Trainingshalle. Wir gehen nicht mehr so oft raus, aber so bleiben wir auf Draht. Sie haben vorhin nicht mehr gesagt, weil die Bruderschaft früher öfter draußen. Ja, viel mehr. Damals, als wir noch an der Helios Station waren... Äh, Mist. Ich bin ziemlich sicher, dass ich darüber nicht mit Außenseitern reden sollte. Also vergessen Sie, dass ich es erwähnt habe, ja? Wollten Sie nicht in der Schule sein oder so? Der oberste Gelehrte Taggart hat mein ungewöhnliches Talent schnell erkannt, als ich die Pflichttests im VR-Kampf abgelegt habe. Kurz darauf hat er mich dem VR-Spezialistent-Training zugeteilt und mich zu seiner Assistentin gemacht. Es fehlt mir die ganze Zeit mit den anderen Schülern herumhängen zu können, aber wenigstens entgehe ich so den langweiligen Vorträgen. Erzählen Sie mir von sich. Tja, wie alle anderen hier bin ich in der Bruderschaft aufgewachsen. Mein Vater war ein Gelehrter und meine Mutter ein Paladin. Sind Ihre Eltern irgendwo hier? Sie sind beide bei Helios One gestorben. Die anderen waren vorher schon wie eine Familie zu mir, aber danach wurden sie meine wahre Familie. Bis später. Bei wem kann ich denn jetzt hier Sachen kaufen? Hallo. Auf Daten-Speicher zugreifen. Daten-Speicher neu laden. Okay. Hier kann ich gar nichts machen. Nichtsdestotrotz würde ich hier gerne Sachen kaufen. Können. Wollen. Tun. Ist. Hi. Von dem Silberblick sieht man kaum mehr was, Watkins. Was können Sie mir über die Grundkomponenten von Schwarzpulver sagen? Es ist schwarz. Aha. Rot. Da lassen wir die Finger davon. Wir müssen ja nicht gleich mit denen verkacken. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier Zeug kaufen kann. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ah. Du ein Namenloser. Ja, okay. Von hier komme ich ja, ne? Ihre Anwesenheit hier, nennen wir sie mal höchst unnormal. Außenseiter dürfen nicht einmal wissen, dass sich unser Bunker hier befindet. Und nach Belieben kommen und gehen schon gar nicht. Sie haben den ältesten McNamara offensichtlich sehr beeindruckt. Er muss sie für sehr nützlich halten. Wir haben sie noch gar nicht gemacht. Tschüss. Tschüss. Bennehmen Sie sich diesmal, Veronika. und ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020